Kann sein, dass wir den Schmunk verschieben müssen. Was? Wieso? Ja, wenn der Herd wieder läuft, dann müssen wir aufmachen. Dann kann ich mir den freinehmen, dann hier nicht. Kannst du doch. Naja, das ist doch schließlich unser großes Abenteuer. Und man kann ja auch mit den Leuten reden. Überraschung! Unser Chef Erik, der hat heute Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag. Unser Chef Erik, der hat heute Geburtstag. Und deshalb hat er heute frei. Wuhu! Dankeschön. Deswegen ist euer Service besser als euer Single. Glückwunsch! Ja, von mir auch. Was Neues. Danke. Es würde ich mich ja niemals trauen, aus paar tausend Metern runterzuspringen. Ja, aber er springt ja nicht alleine, ist ja ein Profi dabei. Ja, Augen zu und durch. Ja, aber wenn er irgendeine Leine reißt, bist du Matsch. Ja, aber Erik ist ja Typ Action Hero. Genau, Action Erik. So sieht's aus. Ja, Action. Das ist ja noch mein Ding. Hallo, alle Meternomt. Hat euch das Video gefallen? Okay, doofe Frage wahrscheinlich schon, na klar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr ganz einfach hier klicken. Und wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann könnt ihr ganz einfach hier klicken. Auf RTL Plus. Jederzeit. Hm? Was macht ihr denn immer noch da? Ich hab doch gesagt, hier klicken. Zu verstehen, ich würde daran nichts zu verstehen. Ist ja, okay, das. Vielen Dank.